Ja moin und herzlich willkommen bei Voltos. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich euch die Theben-Timer-Steckdose vor. In der Regel zeigen wir bei den Smart Facts smarte Produkte. Jetzt fragt man sich, was ist an so einer Timer-Steckdose überhaupt smart? Na ja, wenn man betrachtet, für viele Leute ist das automatische An- und Abschalten von Geräten alleine schon smart, weil ich dadurch einfach Energiekosten senken kann. Ich habe ein bisschen Komfort, weil vielleicht meine Nachttischlampe oder meine Stehleuchte zur richtigen Zeit an- oder ausgeht. Und von daher kann man, glaube ich, pauschal sagen, smart ist das, was du oder was man draus macht. Und hier ist Theben seit vielen, vielen Jahren Vorreiter in dieser Technologie. Ich glaube, für viele von euch steht Theben für das Thema Zeitschaltuhren. Und aus dem Grund und auch zum 100-jährigen Geburtstag von Theben schauen wir uns heute diese Uhr mal in Kürze an. An sich ist die Uhr relativ simpel aufgebaut. Was soll auch jetzt groß da sein? Der Vorteil bei der Uhr auf jeden Fall, ich brauche keine Software, um das Ding einzustellen, sondern ich nehme die Uhr, stecke sie in die Steckdose und sie funktioniert schon. Auch die Einstellung ist extrem simpel. Ich habe auf der Frontseite mein Stellregister, meinen Reiter, die ich einfach an- und ausschalten kann. Und hier in diesem kleinen Pfeil, der dort ist, dort stelle ich erst mal, wenn ich die Steckdose in die andere Steckdose reingesteckt habe, stelle ich meine Uhrzeit an und sage dann nur noch mittels dieser Reiter, wann soll das Licht an oder die Steckdose an- oder ausgeschaltet werden. Und schon kann ich somit smart sein. Ich habe dann die Möglichkeit, jederzeit meine Produkte zur richtigen Zeit an- und ausschalten zu lassen. Ohne, dass ich irgendwas selbst machen muss. Wie Magie. Im Zuge des 100-jährigen Jubiläums hat Theben zu seiner klassischen Timer-Steckdose nun drei verschiedene neue Designs oder Farben ins Sortiment aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt eine schöne blaue, eine rote und eine gelbe Variante mit dazu bekommen. Ich finde es einen schönen Gag mit dazu. Und warum muss so eine Steckdose immer nur grau und unscheinbar sein? Ich finde das eine tolle Geschichte, auch diese Steckdosen Farbe bekennen zu lassen. Und so passen sie auf jeden Fall optimal ins Kinderzimmer oder auch dort in allen anderen Räumen, wo auch gerne eine Steckdose auch mal auffällig gerne platziert werden darf. Das Besondere an dieser Jubiläums-Edition des Timers ist, Theben gibt auf diese Produkte 100 Jahre Garantie. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, liebe Firma Theben, das gesamte Voltus-Team wünscht euch alles, alles Gute zum 100-jährigen Geburtstag. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und auf die nächsten 100 Jahre. Und für euch Zuschauer, wenn ihr Fragen zu diesen Produkten oder anderen Produkten von Theben habt, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Und für euch, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.